Hallo liebe Leute und willkommen zu diesem klitzekleinem Video. Ihr seht schon per Labelmod in der Ecke, ähm, ich bin nicht alleine im Channel, also im Team Steaks, sondern mit dabei ist die wichtigste Person, den Rest erwähne ich gar nicht, ähm, ist der Maiko. Hi. Und zwar geht es um, ich sage jetzt bewusst, unseren Server. Und zwar braucht unser Server noch dringend, ähm, Bewerbungen, also Supporter, Bilder und Moderatoren. Und, ja, wenn ihr einer von diesen Supporter und Moderatoren werden wollt, dann könnt ihr euch gerne bei einem Google Formular bewerben, äh, Bilder und Supporter sind getrennt. Die Formulare findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und, ja, ganz kurze wichtige Information, wir werden ein bis zwei bis drei Tage warten, bis einige Bewerbungen eingegangen sind, dann werden wir uns sie vielleicht anschauen. Also werden wir uns sie uns ganz bestimmt anschauen. Vielleicht schauen wir uns auch schon ein paar vorher an. Genau, vielleicht aber auch nur. Und wichtig ist, ihr werdet, also wenn ihr nicht angenommen werdet, könnt ihr gerne auf dem TeamSpeak nachfragen, ob ihr, äh, ob ihr eure Bewerbung überhaupt schon gelesen haben. Oder, ja, ihr habt Pech, weil wir werden an die Bewerber, die nicht angenommen werden, keine E-Mails schreiben. Ja, genau, Michael, hast du noch irgendwas zu sagen? Gut. Die Bewerbungsphase wird, äh, eine Woche gehen, sieben Tage. Ähm, das Video wird hier von wahrscheinlich mehreren Kanälen re-uploaded. Das heißt, ja, wir sehen uns dann. Hoffentlich auf dem TeamSpeak als neues Teammitglied. Oder halt einfach in der E-Mail, wo ich euch schreibe, dass ihr angenommen werdet. Voraussetzung ist, ihr müsst TeamSpeak haben. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.